Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Rekordinflation, Zinswende. In Anbetracht der Vielzahl der schlagzeilenträchtigen Entwicklungen in den letzten Monaten geraten manche Themen allzu leicht aus dem Blick. Dazu zählt auch die schwelende innenpolitische Krise in Italien. Doch das dürfte sich mit den bevorstehenden Parlamentswahlen Ende September ändern. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Research Direct. Nach dem Auseinanderbrechen der Regierung Draghi wählt Italien am 25. September vorzeitig ein neues Parlament. In den Umfragen liegen die rechtsgerichteten und nationalkonservativen Kräfte vorne. An der Spitze liegen die Fratelli d'Italia, also die Brüder Italiens, die ihre historischen Wurzeln im Neofaschismus haben und von Giorgia Meloni angeführt werden. Sie hat die besten Chancen, die Nachfolge des ehemaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi als Ministerpräsidentin Italiens anzutreten. Als Regierungsbündnis zeichnet sich ganz konkret das rechtskonservative Trio aus Melonis Fratelli d'Italia, Matteo Salvinis Lega sowie Silvio Berlusconis Forza Italia ab. Aufgrund der Besonderheiten des neuen Wahlrechts darf das rechtskonservative Bündnis auf die absolute Mehrheit in beiden Kammern des Parlaments hoffen. Für eine Zweidrittelmehrheit und somit eine verfassungsändernde Mehrheit wird es voraussichtlich nicht reichen. Doch auszuschließen ist dieses Szenario nicht. Zwar haben sich zahlreiche Vertreterinnen des rechtskonservativen Bündnisses wiederholt zur EU, dem Euro und zur NATO bekannt. Dennoch sind das Misstrauen und die Nervosität vor allem jenseits der italienischen Landesgrenzen erkennbar groß. In den vergangenen Wochen haben mit Standard & Poor's und Moody's gleich zwei Ratingagenturen ihren Ausblick für Italien gesenkt, weil sie eine Verschlechterung der fiskalischen Position und der Schuldentragfähigkeit Italiens befürchten. An den Finanzmärkten haben sich in den letzten Monaten die Renditeabstände italienischer Staatsanleihen zu bundesdeutschen Titeln deutlich ausgeweitet. Allerdings kann von einer dramatischen Zuspitzung wie 2011 und 2012 noch keine Rede sein. Um die Wogen etwas zu glätten, haben Vertreter des rechtskonservativen Bündnisses einige vertraute und, so das Kalkül, vertrauenserweckende Namen für eventuelle Regierungsämter ins Spiel gebracht. Darunter beispielsweise der zweimalige Finanzminister Tremonti sowie das aktuelle EZB-Direktoriumsmitglied Panetta. Apropos EZB. Mit Argus-Augen werden auch die Währungshüter in Frankfurt die Parlamentswahlen in Italien verfolgen. Denn, um ihre geldpolitische Straffung zwecks Inflationsbekämpfung forcieren zu können, muss die EZB auf stabile wirtschaftliche und innenpolitische Verhältnisse in den Mitgliedsländern bauen können. Allen voran in Italien. Ein möglicher fiskalpolitischer Streit zwischen Rom und Brüssel droht dabei, die geldpolitischen Handlungsspielräume der EZB einzuschränken. Und dann ist da noch das neue Instrument der EZB, TPI, zur Sicherstellung der geldpolitischen Transmission in alle Euro-Mitgliedsländer. Was seitens der EZB prinzipiell als Kriseninstrument für den äußersten Notfall konzipiert wurde, könnte schon bald zum Einsatz kommen und von den Finanzmärkten einer Feuertaufe unterzogen werden. Dem Euro-Raum und dem Euro stehen in den nächsten Monaten also gerade auch wegen der Wahl in Italien turbulente Zeiten bevor. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und erfolgreiche Geschäfte.